Hi, mein Name ist Rose und das ist die Geschichte, wie mein super junger Vater anfing jedem zu erzählen, ich sei seine Schwester. Ihr seht, er konnte damit durchkommen, weil er erst 17 war, als meine Mutter mich bekam und mich vor der Haustür zurückließ. Eines schönen Tages, als meine Oma die Tür öffnete, fand sie mich friedlich schlafend in einem Kinderbett. Ah, da ist ein Baby an der Tür! Was redest du da? Gott, da ist ein Baby an der Tür! Sie haben einen Zettel bei mir gefunden auf dem Stand, ich gehe aufs College, nimm dein Baby mit, du Schwachkopf. PS, es heißt Rose. Sofort fing Oma an, Opa anzuschreien. Du Betrüger, ich hab dich geliebt und du, du hast mich mit einem College-Mädchen betrogen! Was? Nein, das ist nicht meins! Sieh mal, hier ist ein Bild, es gehört Jason! Nun, lange Rede, kurzer Sinn, sobald Dad mich sah, versteckte er sich unter seinem Bett und fing an zu weinen. Ich bin zu jung. Ich bin erst 17. Was ist mit meinem College? Aber mein Opa hat es nicht akzeptiert. Wenn du alt genug bist, Kinder zu haben, bist du auch alt genug, sie groß zu ziehen. Ich füttere doch nicht deinen Maul. Dann schmiss er Dad und mich raus. Papa beschloss, mich zu behalten, aber er schien mich vor allem nervig zu finden, als ich aufwuchs. Er war immer nervös in meiner Nähe und ich fing an zu stottern, weil ich auch nervös wurde. Aber dann fand Dad raus, dass es einen großen Vorteil hatte, mich zu behalten. Einmal, als ich vier war, schmiss Dad eine Party und sagte, ich soll ins Bett gehen. Wenn ich aufbleiben darf, werde ich jedem Chips geben. Ich werde sogar, ich werde sogar Dinge in die Wäsche werfen. Bitte, Daddy, bitte, bitte, bitte! Na schön, na schön, geh mir einfach aus den Augen. Aber genau dann sah mich eine Gruppe von Mädchen und drängte sich um Dad. Oh mein Gott, sie ist so bezaubernd. Ist das deine Schwester? Da merkte Dad, dass ich das war, was man einen Babe-Magnet nennt. All diese Mädchen schenkten ihm ihre Aufmerksamkeit nur wegen mir. Dad nahm mich in den Arm und kniff mich in die Wange. Wenn du ruhig bleibst, bekommst du einen ganzen Eiskübel zum Abendessen. Ja, gebongt! Der Abend war super. Ich sah jedes Mädchen und ich habe jedem erzählt, ich bin seine Schwester, ich bin seine Schwester. Ich war so erfolgreich, dass Papa sagte, ich könnte die ganze Woche Eis essen. Von da an verbrachte ich den ganzen Tag damit, mit Mila zu spielen und abends war ich bei Papas Spieleabend oder Filmabend. Ein paar Monate später erzählte mir Mila, dass sie eingeschult wird. Ich möchte auch gehen. Warum willst du zur Schule? Wenn du fertig bist, wirst du ein Baby haben. Davon brauchen wir nicht noch mehr. Nein, Daddy, ich studiere. Sei kein Klugscheißer. Ich will, dass du mit mir heute in den Park gehst. Ich will eine Freundin. Nein! Nein! Hör zu, Mila. Du sollst deinem Vater helfen. Ich sag dir das und vergiss es nicht. Wenn du nicht auf meiner Seite bist, dann bist du mein Feind. Dazwischen gibt es nichts. Aber ich will in die Schule gehen. Ach, vergiss es! Am nächsten Morgen begleitete ich Mila heimlich zu ihrer Schule. Kaum waren wir in der Klasse, kam die hübscheste Frau zu mir und sagte, Hey Süße, bist du neu? Ja, ich bin Rose. Sie schaute verwirrt und sagte, mein Name steht nicht auf dem Register. Das ist aber merkwürdig. Wo ist deine Mutter? Ich habe keine Mutti. Ich habe Angst. Oh, du armes kleines Ding. Wo wohnst du denn? Ich nahm sie mit nach Hause und als Papa Frau Maud sah, fiel ihm die Kinnlade runter. Er lud sie ins Haus ein und sabberte so sehr, dass er sofort zustimmte, mich in ihrer Schule anzumelden. Ich war wirklich glücklich in der Schule, bis eines Tages in der sechsten Klasse Mila kam und einen riesigen Stapel von Sachen trug, die ich ihr geschenkt hatte und sie sah wütend aus. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass die Freundschaft zu Ende ist. Was? Warum? Weil dein Vater eklig ist. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er versucht hat, mit ihr zu flirten. Auch mit meiner Schwester und auch mit dem Babysitter und mit Mams Chefin. Äh, der, der, nein, geh nicht. Warum? Weil ich dich liebe. Dann liebst du mich nicht. Damit hat sie alles über mich ausgekippt und ist gegangen. Danach wollte sie nicht mehr mit mir reden und erzählte allen in der Schule, dass mein Vater ein Spinner sei und ich auch. Ich war so verzweifelt, dass mein Stottern sogar noch schlimmer wurde. Das Einzige in meinem Leben war, dass Frau Maud und die anderen Lehrer dachten, dass ich wirklich schlau sei. Was hältst du von diesem Gedicht? Es ist okay, aber ich preferiere Shakespeare. Was weißt du denn über den echten Shakespeare? Sie ist eine wirklich gute Angeberin, war sie schon immer. Soll ich dich in meinen Sommertag vergleichen? Du lieblicher und mäßiger, meine Lehrerin gaffte mich schockiert an und brachte mich in das Büro von Frau Maud, die jetzt stellvertretende Schulleiterin war. Sie war hoch erfreut, meinen Vortrag zu hören und rief dann Papa an, um mich zu loben. Warte, warte, ich verstehe ja gar kein Wort. Ich komme in die Schule. Jede Ausrede, um es Maud zu sehen. Ich wusste, dass sie ein Genie ist. Genau wie ihr Vater. Ich ermutigte immer zum Lesen in unserem Haus, denn wie Shakespeare sagte, je mehr du liest, desto mehr Dinge wirst du wissen. Je mehr du lernst, desto mehr Orte wirst du bereisen. Ich brach ihn Kichern aus. Das ist nicht Shakespeare, das ist Dr. Seuss. Mein Papa wurde rot und meine Lehrerin lachte. Ja, sie ist schlau. Papa war die ganze Zeit im Auto wütend. Als wir zu Hause ankamen, schnappte er mir das Buch weg und fing an zu schreien. Ich verstehe nicht, warum du dich so verdammt klug aufführen musst. Du bist so hässlich. Warum kannst du nicht so süß und hübsch sein wie Hinata Hyuga von Naruto? Du bist nur wahnsinnig, weil du so schlau sein musst wie ich, um mit Frau Maud zu daten. Ich hatte eindeutig eine Grenze überschritten. Ich musste eine ernsthafte Schadensbegrenzung vornehmen. Pronto. Wenn du aufhörst, mich zu nerven, verabrede ich dich mit Mrs. Maud. Okay? Mit was? Sie ist absolut nicht verheiratet. Ich wette, mit meiner Hilfe wird sie dich auch mögen. Okay, das sollte funktionieren. Am nächsten Tag starteten wir das Projekt Miss Maud. Ich halte die süßesten Notizen und E-Mails an sie zu schreiben. Schließlich willigte sie ein, mit ihm auf ein Date zu gehen. Sie trafen sich im Park, also versteckte ich mich im Gebüsch. Die Dinge liefen gut, bis Dad die dümmste Jungensache der Welt tat. Er stand auf und sagte, es ist toll, toll zu sein. Und dann versuchte er sie zu küssen. Frau Maud war offensichtlich noch nicht bereit dafür. Sie verpasste ihm eine Ohrfeige und marschierte davon. Das würde eine Katastrophe werden. Zu Hause war Papa wütend. Keine Schule mehr für dich. Wegen dir habe ich meinen Abschluss nicht geschafft, also wirst du auch nicht gehen. Ach ja? Du willst mich von der Schule nehmen? Ich schätze, da musst du auch Frau M-M-Maud bitten, das zu tun. Und das wird ihr nicht gefallen. Es ist mir egal, was die Frau denkt. Obwohl er nie wieder erwähnte, mich von der Schule zu nehmen, sprachen wir in den nächsten Monaten kaum miteinander. Er blies nur noch Trübsal im Haus und schaute Anime. Als ich endlich auf die Highschool kam, ging es für mich aufwärts. Denn gleich an meinem ersten Tag wurde ich am Ende des Literaturunterrichts umworben. Ein schüchtern, aussehender Junge namens Ethan steckte mir einen Zettel zu. Liebe Rose, jedes Mal, wenn du in der Nähe bist, werden meine Ohren, mein Gesicht und meine Nase rot. Ich wünschte, die Welt würde einfrieren. Ich versuche dich wohl, mein Date zu bitten. Ich schrieb ein kleines Ja und gab es ihm zurück. Er grinste. Wow, mein erster Freund. Aber es gab eine Person, die ich nicht ertragen konnte. Mila. Wahrscheinlich hatte sie Ethan vorher nicht mal bemerkt. Aber sobald er und ich anfingen auszugehen, sah ich immer, wie sie versuchte, mit ihm zu flirten. Bei jeder Gelegenheit. Eines Tages, als Ethan und ich in der Cafeteria saßen, ließ sie sich einfach auf seinen Schoß plumpsen. Oh Schätzchen, bist du dir sicher, dass du mit diesem Dömerchen zusammen bist? Willst du nicht lieber mit mir ausgehen? Mit diesen Worten küsste sie ihn. Lass mich in Ruhe, Mila. Er ist mein Freund. Sofort schubste er sie weg und sah dabei super rot aus. Geh weg von mir, Mila. Mila lachte. Nun, wann immer du bereit bist, dich mit jemandem zu daten, der nicht wie ein Idiot klingt, lass es mich wissen. Mila, jeder hat seine Untensicherheiten. Wir sind Teenager, okay? Oh, wer ist da? Wer spricht jetzt? Dr. Phil, bist du's? Komm schon, Mila. Benutz nicht mein Stottern gegen mich. Ich weiß, wie man Dinge gegen dich verwenden kann. Wir waren mal... Freunde. Wir waren. Das ist eine Vergangenheitsform und es bleibt in der Vergangenheit. Auf Wiedersehen für jetzt. Oh, und wann wird es enden? Oh, es hat noch nicht mal angefangen. Damit ist sie einfach weggesprungen, diese Hexe. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass Mila versuchte, mein Leben in der Schule zu ruinieren, machte Papa ihr Zuhause ernsthafte Konkurrenz. Im Laufe der Jahre hatte er eine Reihe von Freundinnen, die eine Zeit lang bei uns blieben, bevor er sie abservierte. Ich war es einfach leid, alle paar Wochen ein neues Flittchen bei uns zu finden. Ich habe sogar eine von ihnen dabei erwischt, wie sie all unsere Sachen gestohlen hat, bevor Dad sie rausgeworfen hat. Ein paar Monate später bot Ethan mir an, eines Tages mich nach Hause zu begleiten. Rosie, geh weg von ihm. Sofort. Warum? Dad? Was ist los? Er marschierte zu uns und zog Ethan weg. Ich schicke dich nicht zur Schule, damit du eines Tages schwanger nach Hause kommst. Bist du verrückt, Dad? Ethan und ich haben uns noch nicht mal geküsst. Du darfst nie einen Jungen küssen oder auch nur seine Hand halten, bis du verheiratet bist. Hast du mich verstanden? Sonst ziehe ich dich wirklich von der Schule ab und halte du dich fern. Das war's. Dad, du bist offiziell verrückt und ich bin mit dir fertig. Ich haue ab. Ich marschierte sofort in mein Zimmer und packte meine Sachen und war bei Frau Maud. Ich wünschte, dein Vater würde aufhören, so unreif zu sein. Du kannst so lange hierbleiben, wie du willst und dich einfach auf deine College-Bewerbung konzentrieren. Ja, ich werde endlich ein bisschen Frieden haben, aber natürlich hatte ich zu früh gesprochen. Nach diesem Tag war mir aufgefallen, dass Ethan mich in der Schule ignorierte und auch später immer eine Ausrede hatte, um nicht mit mir abzuhängen. Oh, Babe, ich fühle mich wirklich nicht gut. Ich habe wahrscheinlich die Grippe. Ich sehe dich, wenn es mir besser geht. Bevor ich ein weiteres Wort sagen konnte, hatte er aufgelegt. Er benahm sich so seltsam und ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Später an diesem Abend, als ich im Einkaufszentrum war, bekam ich meine Antwort. Da war er, Ethan, und er küsste Mila. Wow, ich war wütend. Ich marschierte zu ihm. Das ist also deine Krankheit, hä? Ethan sah mich geschockt an, aber Mila grinste nur und sagte, äh, nein, ich bin das Heilmittel, Süße. Ich starrte Ethan an und erwartete, dass er wenigstens beschämt aussah, aber er zuckte nur mit den Schultern. Alles, was Mila über dein Dad gesagt hat, stimmt. Und ich will mich nicht mit dem ganzen Drama rumschlagen. Außerdem ist dein Stottern extrem nervig. Meine ganze Wut kochte an die Oberfläche und ich schlug ihm ins Gesicht. Tage später war ich immer noch wütend über die ganze Sache, aber ich hatte größere Dinge, um die ich mich kümmern musste. Ich wartete sehnsüchtig auf eine Zusage von meinem Traumcollege. Aber am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail und ich war schockiert. Ich war so sicher, dass ich angenommen würde, aber in der E-Mail stand, dass ich wegen gewalttätigen Verhaltens gegenüber meinen Mitschülern abgelehnt wurde. Und da war das Video, wie ich Ethan ohrfeigte. Ich marschierte zu ihm. Warum hast du das getan? Oh, ich dachte, du wärst hier, um dich für die Ohrfeige zu entschuldigen. Gut, ich vergebe dir. Umarmst du mich? Ich werde Vizedirektorin Maud erzählen, was du getan hast. Eine Minute lang stand ich unter Schock. Ich hatte ihn noch nie angeschrien und plötzlich war auch mein Stottern weg. Einfach so. Wie kann das sein? Aber ich musste mich jetzt mit ihm auseinandersetzen. Dein Stottern ist weg? Unglaublich. Ich bring dich jetzt zurück. Was? Verschwinde. Ich will dich nie wiedersehen und du wirst dafür bezahlen. Und dafür hat er bezahlt. Während ich an einem anderen College anfing, suspendierte ihn Mrs. Maud für einen Monat, was bedeutete, dass er auch nicht an der Uni seiner Wahl aufgenommen werden konnte. Es klingelte und ich öffnete. Papa drückte mir einen Umschlag in die Hand und brach in Tränen aus. Rose, ich weiß, ich war schrecklich, aber ich habe versucht, mich zu ändern, okay? Ich habe von Maud erfahren, was Ethan getan hat und wir beide sind zu deinem Traumcollege gefahren und haben dort mit dem Zulassungsprofessor gesprochen, um alles zu klären. Du kannst dorthin. Ich konnte es nicht glauben. Bitte verzeih mir. Ich war dumm und egoistisch und habe die Menschen verloren, die ich am meisten liebe. Aber ihr seid die einzige Familie, die ich habe. Ich umarmte ihn. Ich vergebe dir, Dad. Und wenn du dich zusammenreißt, kannst du vielleicht auch Mrs. Maud zurückgewinnen. In diesem Moment kam Mrs. Maud hinter ihm herein und lächelte. Nach dem, was er für dich getan hat, habe ich beschlossen, ihm noch eine Chance zu geben. Ich könnte nicht glücklicher sein für die beiden. Hier sind wir ein paar Monate später und ich bin an meinem Traumcollege und habe angefangen, den erstaunlichsten Typen zu daten, der mich wie eine Prinzessin behandelt. Ich bin ein paar Jahre später und ich bin ein paar Jahre später und ich bin ein paar Jahre später. Ich bin ein paar Jahre später und ich bin ein paar Jahre später. Ich bin ein paar Jahre später und ich bin ein paar Jahre später. Ich bin ein paar Jahre später und ich bin ein paar Jahre später. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020